Danke, dass du eingesprungen bist. Ich hab vom Flughafen aus Mitteln in der Telefonie, sie hat es mir erzählt. Ach komm, ich hab gar nichts gemacht. Ich kann nicht mal den Kerl identifizieren. Und Yvonne hat nicht geholfen, nicht? Du weißt, wie es ist bei Familienstreitigkeiten. Als Polizist stehst du daneben. Danke, dass du eingesprungen bist. Ich hab vom Flughafen aus Mitteln in der Telefonie, sie hat es mir erzählt. Ach komm, ich hab gar nichts gemacht. Ich kann nicht mal den Kerl identifizieren. Und Yvonne hat nicht geholfen, nicht? Stimmt, du weißt, wie es ist bei Familienstreitigkeiten. Als Polizist stehst du daneben.